Armando Abonnieren Armando 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 Und damit moin Leute Herzlich willkommen zum 29. Part von Armando spielt FIFA Mobile Ja Fast schon Der 30. Part Crash Crash Leute wir brauchen 5 Gems Dann haben wir Die 1200 Slapas Bonus Einsammeln Oha Warum kriegt man hier denn noch einmal Sachen Star Pass Bonus Star Pass Bonus Hä? Und Von der Das tägliche Training Oh Ich hoffe Dann Dann Auch geht Jetzt das nächste Spiel Wo wir uns wiedersehen Wenn die Tore fallen Wenn überhaupt Hoffentlich Irgendwelche Tore Tore Okay Okay Let's go Und Kimmich darf auch noch mal dran In der 77. Minute Zum 6 0 Hier Der Ball kommt Schweine legt rüber Und dann Bam Strahl ins Eck Tor Sokatsch 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 Mit dem Tor durch eine Ecke Zum 7 zu 0 In der 82. Minute Mit dem Tor ist der Hattrick Perfekt. Schöner Stallpass auf MFP von Schweinsteiger. MFP zum 8 zu 0 in der 91. Minute. Und das Spiel ist auch zu Ende. Ja, war okay. 8 Tore gefallen. Hätten mehr fallen können. Ich habe einige Chancen liegen lassen. Einige sind Latte gegangen. Ja. Hätte besser sein können. Hätte schlechter sein können. Hätte alles gut laufen können. Dann würde ich jetzt sagen, wir sehen uns wieder, wenn die Tore fallen. Christopher N. Kuku in der 52. Minute zum 2 zu 2. schön geklärt. Aber dann kommt die abwendig hinterher und Christopher N. Kuku ist bereit. Okay, let's go. Christopher N. Kuku in der 90. Minute zum 3 zu 2. Endlich. Das war der Siegtreffer. Spielabfeld 3 zu 2 gewonnen. Dank den Toren von Christopher N. Kuku. Vor allem das Zweite. Das war am wichtigsten. So. Jetzt wird hier ein 108er Plus-Spieler abgerufen. und wir ziehen jetzt Messi auf Ansage. Auf Ansage. Habe ich doch gesagt, dass wir Seseko Sese 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 Seseko 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 Jetzt haben wir genau 0 Und steht Gold Jetzt können wir hier nochmal 10 abrufen und hier 3 5 10 5 10 Jetzt haben wir 225 Geoms 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 Paun das Kratos Das ist natürlich das normale Tagesschlimit Einrang Item Danke Wie viele Münzen braucht man von für 10 Millionen davon 10 Millionen Coins für 3 davon Boah Dann sind wir ja Rutsch Dann haben wir ja 300 Millionen oder so Garantierter 100 bis 113 Spieler Vielleicht auch besser Da war ja selbst der aus dem 108er Plus Pack besser Ich habe gehört beim nächsten Pack äh guckt Messi vorbei aber es gibt kein nächstes Pack deswegen guckt er auch nicht vorbei Foto und Name Ich sage Franz Beckenbauer Nein Ian Rush 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 England RM Best United Oh mein Gott Was für eine Karte Einfach ein 108er Rating Hehehe Reicht schon nach dem Abruf von Fieger Ich ziehe uns damit zu Mosella Bellingham Lewand Golsky Mbappé Mbappé Messi De Bruni Hollande Oseman Messi Ninja Turtle Lewand Golsky Bela Ham Und Mosell Mosellalla Mosell Mosellalla Helden Weg Jaja Haben wir jetzt inzwischen auch schon 1314 von 3000 1000 Ich hoffe so dass wir halt 100 dass wir irgend dass wir zum Beispiel Messi oder so ziehen bei diesem 115 Pack oder irgendwas fürs ZM weil Angriff ist eigentlich schon stabil würde ich sagen 100 117er 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 Mkuku 115er Mbappé Hauke ist nicht der beste und 117er Schweinsteiger ist stabil es geht zwar deutlich besser es geht aber noch mehr deutlich schlechter und dann würde ich dann würde ich jetzt sagen wir sehen uns wieder wenn die Tore fallen ok das Spiel ist zu Ende ich hab sau diesen Ohrwurm wegen all meiner Freunde wenn du das liest grüße gehen raus ich sag jetzt nicht deine Namen aber grüße gehen raus genau wegen diesem Lied Alman Baranage ich kann da niemals singen wobei ich sau einen Ohrwurm hab ich hab das ganze Zeit im Ohr und ich will das ganze irgendwie singen ich weiß aber nicht warum höre ich so gerne aus ne wenn du das hörst ich speichere die mal bessere Lieder ab damit ich bessere Ohrwürmer hab ich höre der singt das auch ganze Zeit im Unterricht der kommt dann auch mit Avocados von Mexiko oder so ja und er singt 24-7 jetzt spielen wir noch größeres Angriff Division Revals spielen 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 wallah spielen ich will spielen das Spiel weil ich werde ihn verlieren weil meine Chance nicht so gut aber man 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 ist eine man 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 christian ronaldo isn't the goat but messi messi is doesn't the goat ronaldo is doesn't the goat mbappé is not the goat harland is not the goat the goat the real goat is im Kölner Zoo mhm hen größe gehen raus an hennaf der guckt bestimmt meine videos ne mhm auf jeden fall ne weil der hat da auch so ein 4k flat fernseher und dann guckt er immer meine videos weil ich natürlich den besten content mache und der beste youtuber bin und der hat mich auch natürlich abonniert und auf jeden fall das war alles nicht ernst gemeint außer ihr findet das so dass jetzt zum beispiel 6 1 steht das finde ich eine sehr gute erzählte handlung oh 7 2 von wegen ich werde verlieren von wegen wer hat gesagt ich werde verlieren wer ja komm 1v1 ich rasier dich auch 8 3 9 3 ich rasier dich auch 9 3 komm ich mach dich 9 3 blatt da kannst du gar nichts mehr sagen oh mein gott hä stürmer totemann ja warum hab ich jetzt kein bekommen ah Weltklasse wo nicht da 102er kein hat mir ja schon immer mal gewünscht wow freu ich mich ja richtig ich 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 habe ich mich verschluckt man jetzt habe ich nur 35 punkte ich werde sterben leute oh jetzt kriege ich direkt doppelt dreifach 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 3 3 3 3 3 3 functioning amount 1 anymore Great du nicht google ich habe keine freunde deswegen spielen wir auch nicht gegen freunde könnten wir dann jetzt noch mal den gab es eigentlich noch hier könnte ich mir holen wäre aber nur ein kleines vielleicht gucken rechts verteidiger links verteidiger so was in die richtung man nicht den ganzen shop wegen shop einkaufen ich habe auch auf suche geklickt minimum 13 maximum genau 151 13 dann position erst mal doch man kann ja beides ich glaube ich kann von denen wir leisten wenn wir ein paar spiele anbieten man ich habe doch auf meine spieler gedrückt die wollen mich jedoch verarschen meine spieler schweinsteiger kund verkaufen wurde in welchen wird er gebraucht in welchen team ist dieser denn bitte hier auf der bank oder wie dann kann es nur diesen einen schmutzteam in den 113 ja so jetzt kann ich aber das tausche ich auf umtausch jetzt bin ich bin ein bisschen durch man bei ich bin auf kopf gefolgt ich bin so 800 km h die trete runtergelassen mit 800 km h dann habe ich das runtergelassen und dann bin ich gestorben ich bin so 800 km h die treten ich bin so 300 m h die 3 der profi hier kann man noch ein paar verkaufen ich biete jetzt mal die ganzen spiele an und dann sehen wir uns wieder wenn ich sie angeboten habe ich habe jetzt so ein paar spiele angeboten harry kane und smalling sind weg für 10 millionen und die einzigen die ich jetzt noch auf die warte dass sie weggehen sind dembélé und ben jeter aber die sind in der nächsten folge bestimmt weg und dann war ist das für die folge denke ich und da würde ich zum schluss wie immer sagen abonnieren liken die clock aktivieren und kommentieren und bis zum nächsten mal wenn es heißt armando spielt fifa mobile